Die Spielemacher Gauselmann Seit 60 Jahren gestalten wir die Spielewelt der Zukunft. Dieser Erfolg hat eine lange Geschichte. 1957 begann Paul Gauselmann als nebenberuflicher Musikautomatenaufsteller. 1974 entwickelte er die erste eigene Spielhalle nach den Standards eines Vier-Sterne-Hotels. Er nannte sie Spielothek. Seither gilt Paul Gauselmann als der Erfinder der modernen Spielstätte. 1977 brachte er nach vierjähriger Entwicklungszeit sein erstes eigenes Geldspielgerät auf den Markt. Den Merkur B, ein Verkaufsschlager, der dem Unternehmen ein rasantes Wachstum ermöglichte und den Weg zur Marktführerschaft ebnete. Unzählige Patente und Neuentwicklungen folgten. Seitdem wurden über zwei Millionen Automaten made in Germany produziert. Die Gauselmann-Gruppe mit über 2,5 Milliarden Euro Geschäftsvolumen pro Jahr hat ihren Hauptsitz in Espelkamp und Lübbecke. Sie gliedert sich heute in vier Geschäftsbereiche. Geschäftsbereich Merkur. Produktion und Vertrieb von Unterhaltungsspielgeräten und Geldmanagementsystemen. Mit weltweit 16 Game Design Teams entsprechen die Produkte stets allen internationalen Standards. Das neueste Premiumprodukt, die M-Box, weist mit modernster Technik, höchster Umweltverträglichkeit und puristischem Design den Weg in die Zukunft des Automatenspiels. Geschäftsbereich Spielbetriebe. Betrieb von 600 Spielstätten im In- und Ausland. Neben den bekannten Spielhallen werden auch Spielbanken, Casinos auf Kreuzfahrtschiffen und Bingo-Hallen betrieben. Beste Spielerauswahl, erstklassiges Ambiente und hervorragender Service durch qualifiziertes Personal machen die Spielstätten der Gauselmann-Gruppe so beliebt. Focus Money zeichnete die Casino-Merkur-Spielotheken mehrfach als beliebteste Spielstätten aus. Geschäftsbereich Online Gaming und Financial Services. Seit 2008 betreibt die Gruppe Online Gaming mit innovativen Produkten in höchster Qualität. In verschiedenen Ländern und nur auf lizenzierten Märkten folgt die Gruppe einem sich abzeichnenden Kundentrend. Mit der Euro Payment Group bietet die Gauselmann-Gruppe eine individuelle, sichere und zertifizierte Zahlungsabwicklung für Internethändler an. Geschäftsbereich Sportwetten. Vom kompletten Shop-Konzept bis hin zu Terminal und App bietet der Geschäftsbereich alles aus einer Hand und ist in verschiedenen europäischen Ländern tätig. Mit Cashpoint gelangt der Gauselmann-Gruppe bereits 2005 der Einstieg in das internationale Sportwettengeschäft. Mit X-Tip baut das Unternehmen derzeit eine neue, große Sportwettmarke für den deutschen Markt auf. Kern der Unternehmensgruppe sind die aktuell über 12.000 qualifizierten Frauen und Männer, darunter auch 200 Auszubildende. Um im Beruf jederzeit das Beste geben zu können, werden die Mitarbeiter der Gauselmann-Gruppe regelmäßig im unternehmenseigenen Schulungszentrum Schloss Benkhausen weitergebildet. Für diese hohen Standards wurde die Gauselmann-Gruppe mit dem Qualitätssiegel Best Place to Learn ausgezeichnet. Das Unternehmen fördert den Teamzusammenhalt auch nach Feierabend. Die Betriebssportgemeinschaft Merkur-Gauselmann e.V. mit 1000 Mitgliedern und 23 Sportarten zählt zu den größten Betriebssportgemeinschaften Nordrhein-Westfalens. Darüber hinaus sorgen auch viele weitere Mitarbeiteraktivitäten und Events für große Verbundenheit. Aufgrund des hohen Engagements für die Mitarbeiter erhält die Gauselmann-Gruppe zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung Top-Arbeitgeber vom Fokus. Als Markt- und Innovationsführer sowie Motor der gesamten Branche engagiert sich Paul Gauselmann seit fast vier Jahrzehnten als Vorsitzender an der Spitze des Industrieverbandes VDAI. Er setzt sich mit großem Erfolg für die Belange der Automatenwirtschaft ein. 2008 wurde gemeinsam mit weiteren namhaften Unternehmen, Interessenverbänden und Institutionen der branchenspezifische und IHK-anerkannte Ausbildungsberuf Automatenfachmann Frau ins Leben gerufen. Heute arbeiten zahlreiche dieser branchenspezifisch Ausgebildeten in der Gauselmann-Gruppe. Für die Spielemacher ist soziale Verantwortung Maßstab für das unternehmerische Handeln. So setzt sich das Unternehmen in puncto Spielerschutz weit über die gesetzlichen Vorgaben ein. Dazu zählt auch das intelligente Face-Check-System, das allen bisherigen Einlasskontrollsystemen weit überlegen ist. Um den Fortbestand der Gauselmann-Gruppe über Generationen hinweg als Ganzes sicherzustellen, haben alle Familienmitglieder mit Wirkung zum 1. Januar 2016 ihre Anteile an den Unternehmen der Gauselmann-Gruppe in die Gauselmann-Familienstiftung eingebracht. Mit der Heimat im Herzen expandiert die Gauselmann-Gruppe zunehmend über die deutschen und europäischen Grenzen hinaus und erschließt erfolgreich neue Geschäftsfelder. Mit dem richtigen Gespür für internationale Märkte und Gaming-Trends zählt die Gauselmann-Gruppe heute zu den weltweit führenden Gaming-Konzernen. Überall in der globalen Spielwelt strahlt die Merkursonne.